Heute gibt es für euch die Top 5 1.9er Plus Clips Und wieder mal so richtig nice Clips dabei Und ja, jetzt viel Spaß Servus Leute und willkommen zu einem neuen Video Heute die Top 5 1.9 Plus Clips Mir wurden 5 Clips gesendet Gestern war es noch 1 Und am letzten Tag wurden mir noch 4 gesendet Also können wir noch zum Glück einen Top 5 noch draus machen Und ja, nächste Woche Sonntag wünsche ich mir Top 5 Lieblings Clips von Streamern Das heißt, habt ihr vielleicht einen nice Clip von Unge Wo er irgendwie Michael spielt Schickt es rein Habt ihr irgendwie ein nice Clip von Monte Wo er irgendwie so einen kranken Headshot macht Schickt es gerne rein Also hier den Clip rein senden Hier erklären, was im Clip passiert Und hier reinschreiben von wem der Clip ist Also von welchen Streamer halt Und ja, genau das ist jetzt so ein bisschen anders, sage ich mal Und ja, mal gucken, ob das funktioniert Und ja, würde ich sagen Viel Spaß jetzt mit dem Top 5 Platz 5 kommt von Briefheule Und ja, er schreibt Ich check das Thema schon wieder nicht Deshalb kriegst du irgendein Video Ja, ich kann es nicht abspielen Den Copyright Aber Ja, lost Platz 4 Platz 4 kommt von Bommaschine Und er hat ein Bug entdeckt In der 1.15 Ähm, wie man mit dem Scaffolding fliegen kann Gucken wir mal rein Ja Also ich muss sagen Ich habe Ich raffe die Blöcke sowieso nicht Also ich weiß schon, was sie so machen Aber ich check gerade nicht Wie der Bug zustande gekommen ist Also Er ist hier einfach in der Luft Mit einem Block gebuckt Und nach einer Zeit Despaunt es halt Immer I guess Und nach dem Ende macht er noch ein Juicy Äh, Scaffold MLG Das ist schon geil, ne Ähm Ja, wie genau das jetzt ein Bug ist I don't know Aber Guter Clip Ist halt auch ein 1.5 1.9 Plus Clip Und ja Hier kommt zum Platz Nummer 3 Platz Nummer 3 Hat Tori erstellt Kommt von Lumad Und er macht hier einen Speedrun Und ja Wie du stompst mich Und ich sag's auch noch Wurde von einem Creeper Gestormt Während dem Speedrun War kritisch Wie du stompst mich Und ja Und ich sag's auch noch Wie du stompst mich Belastend auf jeden Fall Ja Hier kommt zum Platz Nummer 2 Platz Nummer 2 Ist von Mr. Obi-Welen-Kenobi Und er macht hier ein 2-1-Intribute von Varro Gönnt es euch An BAM Ist hier Full Deer Dein ist Full Iron Und der andere ist Half Deer Half Ding Und der ist Gedroppt worden Und Lutin Dann Der Wird jetzt auch An Hall Damage Verdecken BAM Sehr gut gemacht Show on the 2 Genau Schön gemacht Und ja Wir kommen zu Platz Nummer 1 Platz Nummer 1 Ist von Samuel Fagio Und er spielt hier MC Ultimate Ist auch ein Monster Video Und er hat mich hier Time Stamp gedroppt Genau Ihr kennt ja diesen Spot Das ist der klassische Spot Hinter dem Spot Befindet sich Angry Cat Und ja Schaut einfach zu Dann ballert sich mit Apple Durch Gönnt ihm ein paar Hits Verdeckt Fast wegen Team T Finisht ihn noch Zu Herzen Sehr schön Gönnt ein Gap Der nächste kommt rein Gengar A.K.A. Mr. Yorji Mr. Bray Styler Swampt ihm ein bisschen zu Geht in den Nahkampf Und gönnt ihn auch Ein paar Hits Bam Tinti wird geplaced Auch wieder Close mit zwei Herzen Da kommt der nächste Gönnt sich die Enderpelle Saved sie erstmal ein bisschen Gap Zieht er sich rein Und Finished Den dritten auch noch Ja Also schönes Eins gegen drei In Schön einfach gemacht Ne Und Ja Leute Das soll es dann auch Mit dem Top 5 hat gewesen sein Nächste Woche Sonntag Könnt ihr mir noch bitte Top 5 Lieblings Clips Von euren Streamern rein schicken Und ja Dann bedanke ich mich Für das Zuschauen How to Ryan Und See ya So Leute Vielen Dank Dass ihr das Video angeschaut habt Hier Kommt jetzt noch ein Video Hier unten Ist ein Vorgangendes Video für euch Und Da Müsst ihr noch Abonnieren Oder beziehungsweise hier Egal Auf jeden Fall Leute Ihr müsst jetzt hier draufklicken Müsst ihr machen jetzt